Hallo, mein Name ist Zucker, meine Damen und Herren, wir schauen uns heute die Roomtour von Denas Haus auf... Äh, Leute, ConCraft hat auf mein Haus reagiert, beziehungsweise auf die Roomtour. Ich würde sagen, müssen wir mal angucken, was er dazu gesagt hat. Mallorca an. Reinspaziert, Leute. Willkommen zu Roomtour. So ein klassischer Roomtour-Move. Da dachte ich dir doch einfach nochmal vielen, vielen Dank an euch. Ich mache es seit mittlerweile... Hä, warte mal. Hä, warte mal, muss ich sagen. Warte mal. Hä? Hä? Das Video fängt gar nicht da an. Das Video hat einen anderen Anfang. Vor einem Jahr sind wir hier auf Mallorca in unser Traumhaus eingezogen. Bin ich jetzt dumm? Ich habe das Video ja geschnitten. Also, ich habe ja mein Roomtour-Video geschnitten. Ich fange doch am Pool an. Und danach gibt es so einen kleinen Best-Hoff-Zusammenschnitt und dann sind wir erst bei... Dann sind wir erst bei dieser Tür am Anfang. ConCraft hat es anders geschnitten. Was ist das denn? Und dann sagt der typische Roomtour-Anfang. Meine ging anders los. Egal, wir gucken mal weiter. Das war die Tür aufs Grundstück quasi. Das heißt, er hat so einen Zaun um das Grundstück rum und man muss erstmal durch eine Tür durchgehen, glaube ich, um aufs Grundstück zu kommen. Und dann nochmal durch eine Tür, um ins Haus zu kommen. Bro, hat Lukas schon mal vom Konzept Haus gehört? Also, dass man... Also, ich muss sagen, die meisten Häuser auch in Deutschland haben einen Zaun außenrum. Ach, krass, der fährt einen Taycan. Das wusste ich auch nicht. Das ist ja Cross-Tourismo, glaube ich. Oder Sport-Tourismo. Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied ist. Ich hoffe, der kommt damit zurecht auf Mallorca, weil Mallorca ist ja schon recht hügelig und so. Ja, man kommt zurecht mit dem Auto. Also, erstmal genau. Taycan Cross-Tourismo gut erkannt. Lukas hat ja selbst Porsche-Fahrer. Da weiß er Bescheid. Wir laden nur zu Hause. Also, beziehungsweise auch mit dem hügelig. Hä? Meint er also mit hügelig Elektroauto? Oder meint er nicht genug Power? Oder worauf wollte Luca da hinaus? Egal, wir gucken mal weiter. Bin mal gespannt, was das noch alles erzählt. Mir macht's jetzt schon Spaß. Weil ich mache eigentlich nie Reactions, aber das wollte ich mir jetzt einmal geben hier. Für jetzt heute. Och, geil, auch eine Vespa. Ey, ich würde mir so gern auch eine Vespa holen für Köln. Es ist leider keine Vespa. Es ist eine elektrische Rolle aus Spanien. Also, spanischer Hersteller. Ich glaube, auf Mallorca macht das auch richtig Spaß. Ja. Ja, okay, wir schauen uns das an. Was hat sich verändert außen schon mal? Wir haben ein eigenes Auto. Kölner kennst du eigentlich noch? Also, noch nicht umgemeldet wahrscheinlich, ne? Ah, ja, ihr sagt doch gerade ein neues Auto. Okay. Was dann? Boah, das sieht schon geil aus, Taycan, ne? Boah, ich stand ja damals auf der Liste drauf und hab auch diese Anzahlung gemacht. Und dann dachte ich mir irgendwie so, nee, das erste Elektroauto von Porsche erstmal abwarten. Aber der ist schon wild. Hier vorne, wir haben ein paar Pflanzen mittlerweile. Ja, danke schon. Da muss ich aber kurz sagen, Elektroauto, warum aus, äh, warum kennst du euch in Deutschland noch? Wir sind noch in Deutschland gemeldet. Auto ist auch noch in Deutschland angemeldet, weil noch leben wir nicht 100% hier, sondern Hälfte des Jahres hier, Hälfte in Deutschland. Und das Auto kommt auch im Winter wieder zurück nach Deutschland. Also, wenn man nicht mehr als sechs Monate hier ist, kann man es in Deutschland gemeldet lassen. Ist einfach ein bisschen einfacher, gerade bürokratisch. Aber langfristig, wenn wir hierhin umziehen, was der Plan ist, ähm, also 100% hier hinziehen, dann wird auch das Auto umgemeldet. Aber der Rest ist, würde ich sagen, eher gut. Oha, die zeigen ja schon krass hier mit Ausblick und so auch, ne? Also, irgendwelche Mallorca-Hats, die werden wahrscheinlich jetzt schon herausgefunden haben, wo das ist oder so. Äh, ich weiß nicht, ob ich da eher ein bisschen vorsichtiger mit wäre. Aber gut, okay. Okay, die Frage ist halt auch, gibt's auf Mallorca jetzt wirklich so die Hardcore-Fans, die dann da klingeln kommen? Ja, muss man sagen, wir haben einen guten Punkt von ihm auf jeden Fall. Luca weiß ja selbst, wie das mit Fans ist. Und früher bei uns auch in Köln, das war crazy, äh, YouTube-Hausen, wie die Leute zu uns gekommen sind, die haben teilweise, es gab Führungen vom Bahnhof, wo dann Leute gewartet haben und gesagt haben, hey, ihr seht aus wie YouTube-Fans. Wollt ihr vielleicht das YouTube-Haus sehen, ne? Wo so Simon Unge, Revi, Tadel oder auch Däner gewohnt haben. Für fünf Euro zeige ich's euch. Und dann haben die Führungen gemacht, einfach zu uns. Ey, das war ne crazy Zeit, deswegen haben wir auch damals noch im Büro und im Ufo waren Fans, die vor der Tür standen. Das ist Gott sei Dank alles ein bisschen weniger geworden, weil ich sag mal so, die ganz krasse Halbzeit ist sowieso schon lange vorbei, aber auch allgemein, dass unsere Zuschauer, also ihr da draußen, ein bisschen älter geworden seid. Ja, und ein bisschen vernünftiger dementsprechend auch. Also ich hab ja gar kein Problem mit Zuschauern. Es waren schon mal Leute hier, wurde auch mal ne Drohne steigen gelassen, wobei ich nicht hundertprozentig weiß, ob das wegen uns war. Ja, ist natürlich nicht perfekt, nicht cool, aber ich lieb's halt, solche Videos zu machen und meine Insta-Story zu machen von hier aus. Und wenn ich mich da jeden Tag beschränken würde, ob ich jetzt die Aussicht zeige oder nicht, ah, wäre auch ein bisschen kacke, deswegen ne. Die meisten von euch sind vernünftig, deswegen ehrlich gesagt, keine Probleme bisher, also keine richtigen. Mal rein Leute, hier hat sich ein... Oha! Wer ist denn er? Was ist das für ne Couch? Und wer filmt das? Ein Kollege von ihm wahrscheinlich nicht, das wäre seine Freundin Shani. Die sind jetzt zusammen... Das ist Shani's Bruder. Auch geil, dass er dachte, das ist Shani, ist auf den ersten Blick. Das ist Joe Ellie. Da hat er sehr gut gefilmt, die Roomtour. Aber nice, dass er schon mal auch das Autosofa feiert. Da hingezogen, das finde ich auch krass, so direkt dann in ein Haus ziehen zusammen, aber nicht im gleichen Land, wo man wohnt, sondern auch noch auswandern. Das sind zwei heavy Steps auf einmal, glaube ich, gewesen. Ich quatsch zu viel. Ein paar Sachen kennt ihr vielleicht noch von unserem Umzugsvideo, wo wir zum Beispiel hier die Autocouch aus unserem alten Büro hergebracht haben. Und an der Stelle, hi Joe Ellie übrigens, der filmt das Ganze hier gerade für mich. Der Bruder von Shani hat auch schon... Ah, der Bruder. Och, guck mal, wie geil! Ist das überhaupt ne echte Vespa oder ist das ein anderes Motorrad? Ich weiß nicht, ich kann mich bei Rollern irgendwie nicht so aus. Ich hätte halt echt Bock auf so eine richtig geile alte Vespa, die so richtig eklig laut ist. Aber jetzt geht's eben weiter hier, Leute. In unserem Eingangsbereich. Diese Palme hier. Was haben wir uns dabei gedacht? Ist irgendwie drei Meter hoch. Ist so mit die neueste Sache, die wir jetzt hier haben. Sieht doch geil aus. Die sieht doch geil aus. Ich hätte hier zwar eher so einen Spiegel geil gefunden. So einen Riech... Ein Spiegel? Okay, bin ich mal gespannt. Was meinet ihr mit dem Spiegel? Richtig großen, angepassten Spiegel, damit es den Raum hier nochmal öffnet, weil hier läuft es ja einfach gegen eine weiße Wand. Ah, clevere Idee, weil wenn du auch dann hier einen Spiegel hast und dann runter guckst, siehst du nach unten rein. Könnte geil, aber auch crazy. So ein riesiger Spiegel. Will nicht wissen, was passiert, wie man den anbringt überhaupt und so. Aber keine schlechte Idee. Also Luca, der weiß auch ein bisschen Interieur-Design mäßig. Ich glaube, da hat er ein bisschen Ahnung. Kann man aber immer noch hinmachen. Ich würde trotzdem noch einen Spiegel hinmachen, ehrlich gesagt. Also ich dachte mir schon, dass die halt cool wäre hier in der Ecke da hinten. Aber ich glaube, die ist so gut. Heid um. Ich glaube, der fällt sich halt um. Ach, das ist eine Plastikpflanze. Ach so, ich habe mir gerade auch schon gedacht, als die da draußen alles gezeigt haben, das ist schon eine Menge, was sie bewässern müssen, weil so viel regnet es ja jetzt nicht. Aber fangen wir jetzt mal erst mal mit. Draußen sind schon echte Pflanzen bei uns, aber natürlich, dass sie drin sind. Plastikpflanzen. Drinnen regnet es hoffentlich nicht rein. Kommt rein, das ist mein Reich. Mein Motion-Renn-Simulator. Selbst alles zusammengebaut, getüftet letztes Jahr, lange gedauert. Bisschen Kabelmanagement. Die sind auch sehr richtig teuer, solche Reinsimulatoren, oder? Ja, Kosten. Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen will, wie teuer, Leute. Aber ich sage mal so im Bereich 20.000 Euro für den Motion-Simulator, weil er sich so bewegt und alles in der Top-Hardware ist. Aber ich liebe das einfach. Und bald noch für die Rennsaison und so war gute Vorbereitung. Und jetzt Simracing. Ob es sich wirklich lohnt, ist die andere Frage. Aber ich liebe es einfach, Leute. Es ist so ein geiles Teil, Kindheitstraum, so ein Teil zu Hause zu haben. Das sind unsere Bestzeiten im Simulator. Das ist eine süße Idee. Kai Pflaume war schon da. Ist auch gefahren. Krass. Fährt er noch Rennen? Wie macht man das denn dann von Mallorca? Dann muss er ja wahrscheinlich für jedes Rennen fliegen, oder? Ja, also für Rennen bin ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch halb auf Mallorca gewesen. Das hat für die Rennen jetzt keinen Unterschied gemacht. Aber jetzt von Köln aus muss ich auch zum Teil fliegen oder lange Autofahrten. Das war von Mallorca aus, ehrlich gesagt, easy. Aber damit jetzt direkt zur Roomtour. Ansonsten, ja, ist hier mein Abstellraum. Das ist eigentlich ein Bad. Er hat nichts gesagt zu meinem schönen Übergang. Das hat aber irgendwie keiner gemerkt. Ich habe auch gesagt, unscheinlich, wir fanden den Übergang. Und sie so, ich habe nichts gesehen. Aber damit jetzt zurück zur Roomtour. Guck mal hier. Da, das hier, seht ihr. Also in meinem Schnittprogramm ist direkt dann richtig weitergeht, so. Ist das nicht der krasseste Übergang, aber ich fand ihn ganz cool. Aber, also gar nicht gesehen, schade. Jetzt ist es so, Abstellkammer, ein bisschen Pokale hingestellt vom Racing noch und so weiter. Aber wir gehen erstmal raus. Und nicht nur ich habe einen eigenen Raum für mich, sondern Shani hat auch ihren eigenen Raum. Beziehungsweise halbes Gästezimmer, wenn wir viele Gäste haben. Kann man hier auch schlafen, aber an sich. Ich meine, man sieht es schon. Das hier ist auf jeden Fall Shani's Zimmer. Die Idee hatte sie von Anfang an, auch letztes Jahr schon. Es wird komplett pink. Also, ich bin so happy. Ja, ich würde sagen, die Idee, die sie hatte, hat sie richtig umgesetzt. Vor allem, wenn es... Ähm, so schlafen die in getrennten Betten? Das haben aber auch viele gefragt. Aber ich habe noch ein paar Sekunden vorher gesagt, es ist ein Gästezimmer. Ja, und halt für Shani kann sie ihre Sachen halt machen da. Aber so wie ich ja auch ein eigenes Zimmer hier, wo ich auch sitze, habe. So Büromäßig. Also ein Zimmer, was man halt gestalten kann für sich. Nein, wir schlafen nicht in getrennten Betten. Und sie dann in ihrem eigenen Zimmer ein Bett drinstehen. Ich dachte, das wäre so ihr eigenes Ankleidezimmer, Schminkzimmer oder so. Obwohl, wahrscheinlich, wenn dann Gäste da sind, dann können die da auch nochmal drin schlafen. Ja, ich finde es halt immer ganz cool, wenn man irgendwie was so mit so Schrankbetten macht. Das habe ich ja bei mir in der Wohnung auch. Weil die meiste Zeit, obviously, wenn man irgendwo wohnt, hat man ja natürlich keine Gäste da. Und dann hat man dann eher nochmal mehr Platz. Bei uns, wir haben ungefähr über 50 Prozent der Zeit Gäste da. Das ist das Gerät. Aber erst natürlich, seitdem wir auf Mallorca sind. In Köln niemals. So, dann geht es weiter Richtung Hauptgästezimmer. Dafür müssen wir nur hier einmal durch. Und hier rein, Leute, schaut euch das an. So werden unsere Gäste jedes Mal hier erwartet. Krankes Bock, Springbett für die Gäste. Ich befehle mir zu schlafen. Du schläfst ja jeden Tag gerade. Entspannt, Alter. Das ist natürlich das Highlight hier, dass man vom Bett aus schon weiß, da kann ich gleich in den Pool reinspringen oder da hinten ans Meer fahren. Das ist schon krass. Also im ersten Lung-Tour haben wir uns nur gedacht, so soll es werden. Und jetzt wissen wir, so ist es wirklich. Mich haben noch nie so viele Leute in meinem Leben besucht, wie jetzt im vergangenen Jahr. Boah, das ist bei meiner Schwester auch so. Die ist nach Mallorca gezogen. Aber erst mal, oh, seine Schwester auch in Mallorca. Er hat eine persönliche Verbindung noch hier. Aber der hat einfach komplett mein Placement übersprungen. Er sagt noch, oh, krasses Bock, Springbett. Und dann war einfach eine komplette Werbung für dieses Bett drin. Und er skippt einfach. Das finde ich crazy. Mit den ganzen Reaction-Leuten, die, ich weiß gar nicht, ob er jetzt viele Reactions macht, ob ich nur dazu zähle, aber das finde ich immer crazy. Das sind sozusagen die Original-Ersteller vom Video. Bei mir ist jetzt egal. Aber wenn es kleinere Leute sind und die kleine Werbepartner drin haben und dann reagieren irgendwelche großen Leute darauf und skippten die Werbung einfach. Alter, das schon. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Aber gut, bei mir ist es in Ordnung. Bei mir ist es okay. Und studiert da jetzt und arbeitet da auch und ist auch relativ glücklich. Natürlich, klar war es ein heavy step, dass sie so Deutschland verlässt und nach Mallorca zieht. Klar ist es jetzt vielleicht auch nicht für immer, so wie das bei denen jetzt hier ist, dass sie jetzt ein Haus gebaut haben. Obwohl Haus, glaube ich, eher gekauft, aber umgebaut haben. Meine Schwester wohnt da in einer Mietwohnung, aber sie meinte auch, sie hat bisher kein einziges Wochenende, sie wohnt da jetzt seit drei Monaten, kein einziges Wochenende bisher alleine verbracht, weil immer irgendwie Freunde da waren. Weil Mallorca ja gefühlt so 17 ins Bundesland ist und alle Leute kommen immer rum und besuchen sie dann. Ich bin halt voll gespannt, so bisher haben wir nur Schlafzimmer und Arbeitszimmer gesehen. Ich bin voll gespannt, so auf Küche, Wohnzimmer und vor allem so Außenbereich. Überall sind ein bisschen Kunstpflanzen. Echte Pflanzen würden bei uns definitiv nicht überleben. Okay, das dachte ich mir schon. Ich finde es aber auch lustig, dieses jemanden anderen dabei zu beobachten, wie er ein Video guckt. Also ich mache eh schon eigentlich keine Reactions, aber jetzt mache ich eine Reaction auf eine Reaction. Das ist schon sehr interessant. Ich gucke mal, und was sagt er jetzt zu dem Video? Nicht nur, also es ist ja sogar mein Video, was ich gefilmt und, oder ich bin im Video und ich habe es geschnitten. Und jetzt nur darauf zu reagieren oder zu gucken, wie jemand auf das, was man selbst erzählt und auch geschnitten hat, ist es irgendwie, ja, es ist, und dann auch jemand, den man kennt. Das ist schon lustig. Also jetzt hat er auch gecheckt, Pflanzen sind aus Plastik. Das ist das Bad. Hier haben wir immer noch das alte Bad, so wie wir es auch übernommen haben vom Vorbesitzer her, hat sich eigentlich so mit am wenigsten verändert. Und damit können wir nochmal raus hier auf die Terrasse. Das finde ich halt so geil, wenn man vom Badezimmer schon so auf irgendeine Terrasse gehen kann, weil die meisten Badezimmer in irgendwelchen Häusern oder auch Wohnungen vor allem, ja, haben halt nur ein Fenster, das man mal irgendwie lüften kann oder so. Aber bei meinen Eltern zu Hause ist es auch so, du kannst halt vom Badezimmer Tür auf direkt auf die Terrasse gehen. Es ist voll geil. Und ich glaube, gerade auch so Mallorca. Ach, guck mal, das ist ja crazy. Das ist ein anderes Haus dann hier, oder wie? Ah, okay. Ich dachte irgendwie, die hätten da so ihre komplette Privatsphäre. Aber dann würde ich vielleicht so hier in diesem Bereich nochmal irgendwie so Pflanzen auch nochmal hinstellen oder so. Also ich hätte, habe das immer nie so. Ja, das Ding ist, das ist auf jeden Fall voll der Punkt. Auch ich bin so ein Privatsphäre-Fan. Am geilsten wäre es natürlich, wenn da kein Haus wäre. Aber man muss halt sagen, dass hier diese Zypressen sind das, diese grünen Pflanzen, so eine Hecke praktisch, dass die, wenn du unten bist, halt das eigentlich verdecken, was da ist zum größten Teil. Und wir werden das auch noch unten so ein bisschen ausweiten, dass das wirklich verdeckt ist. Plus, das ist das Allerbeste, da ist selten jemand da. Jetzt zum Beispiel dieses Jahr war noch niemand, noch nicht einmal jemand da. Das Hausmeister da, der ein bisschen nach den Rechten schaut und sowas. Aber dass das jemand da wirklich ist, nicht. Und das macht natürlich sehr entspannt, dass wir hier praktisch alleine sind. Ich würde gerne, wenn ich beispielsweise irgendwie draußen mit der Terrasse, vielleicht mal mich irgendwie Sonne oder so, wenn dann da die Nachbarn rüber gucken. Aber vielleicht ist es ja auch irgendwie, steht das leer? Ja, lustig. Ihr seht genau den Gedanken, jetzt hat er da auch schon. Vielleicht steht es ja relativ leer. Man sieht es ja auch nicht so bewohnt aus, muss man sagen. Und ansonsten bin ich voll bei ihm. Dieses richtig Privatsphäre-Fühlen, das ist, was ich hier so schätze. Und das wäre nicht ganz so, wenn halt da andauernd jemand wäre. Aber auch von unten, man sieht, man guckt halt nicht so rüber. Und hier oben auf der Terrasse ist ganz cool. Aber wir sind eher unten. Ja, ich finde das extrem nice, vor allem, wenn du auf Mallorca halt die ganze Zeit gutes Wetter hast. Du bist morgens im Bad, kommst aus der Dusche, gehst nach draußen und hast einfach Sonnenschein. Das macht ja auch sowas mit deiner Psyche und deiner mentalen Gesundheit. Oh, so ein Ding dachte ich früher auch, dass ich das unbedingt brauche. Ich habe das bei Logan Paul in seinen Vlogs vor sechs, sieben Jahren gesehen. Diese fetten Sitze, Pillows, keine Ahnung was. Und dann dachte ich mir nur so, ja, okay, dann setzt man sich da mal rein. Und dann liegt es halt einfach irgendwie nur rum. Und ich glaube, so ist das bei denen auch. Weil wenn man sich... Nein, wir liegen da wirklich fast jeden Abend drin. Ich liebe es dann, mich hier so schön reinzuwerfen. Häufig sind die Katzen abends halt da und chillen hier und die uns dort zu beobachten. Also wirklich, ich finde es richtig geil. Aber ich kenne das, bei vielen Leuten liegt es, glaube ich, nur rum. Aber bei uns tatsächlich, weil es auch so ein riesen XXL-Ding ist, es ist schon sehr, sehr nice. Also ich mag das sehr. Wenn man irgendwo hinschillen will, dann geht man ja eher aufs Sofa, als sich hier irgendwie auf so ein Furzkiste zu setzen, oder? Und ich meine, gerade unser Sofa ist schon wirklich sehr bequem. Aber es hat irgendwie was anderes, wenn man so näher am Boden liegt und sich so richtig so hinfallen lässt auf dem Boden. Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich liebe es eigentlich auch bei uns hier jetzt weniger, aber jetzt in Köln auch. Und in meiner alten Wohnung, wenn man so viel großen Teppich hatte und so richtig auf dem Boden liegen, einfach auf dem Rücken, auf dem Boden. Irgendwie hat das was Beruhigendes, wenn man auf dem Boden richtig liegt. Und auf dem Sitzsack hat man es sehr bequem und ist trotzdem nah am Boden. Also für mich, vielleicht nicht für alle, aber für mich ist es sehr nice. Boah, ich muss auch noch eine Roomtour machen. Ich wohne seit fast zwei Jahren schon in meiner umgebauten Wohnung in Köln, habe noch keine Roomtour gemacht. Kommt bei mir auf jeden Fall auch bald. Aber ich finde, das ist so Privatsphäre, das ist so, weiß nicht, das ist das letzte Stück Privatsphäre, was man hat. Ich check das total, was er sagt. Ich habe mir auch immer mal wieder Gedanken gemacht, so will man dieses Private, was man noch hat in der eigenen Wohnung, auch noch in die Öffentlichkeit tragen. Also gerade als jemand, der auch viel von der Privatsphäre teilt und viel von dem, was man privat macht, teilt, ist es so, wenn man noch keine Roomtour gemacht hat, was ich auch zum Beispiel in meiner Kölner Wohnung lange Jahre nicht gemacht habe, dass man so, es fühlt sich vielleicht noch mehr ein Tick nach zu Hause an. Irgendwann habe ich aber die Roomtour gemacht und es war jetzt nicht irgendwie mehr negativ für mich. Also ich glaube, es ist auch irgendwo so eine Kopfsache. Für mich passt es trotzdem. Und wie ich da gerade auch schon in der Roomtour gesagt habe, so irgendwie, seitdem ich erwachsen bin, bin ich YouTuber und also schon kurz davor. Irgendwie gehört es für mich dazu, wenn ich sowas wie das Haus hier, was auch mir durch YouTube einfach ermöglicht wurde durch euch, irgendwie gehört es für mich dazu, das so in einem coolen Video auch zu verpacken und für euch da draußen. Und wenn ich hier alleine chille und die Kamera ja 99 Prozent der Zeit aus ist, da denke ich nicht daran, dass das auch in der Roomtour irgendwie online ist, sondern das passt trotzdem. Aber ich check den Gedankengang, weil den habe ich auf jeden Fall auch gehabt, den Alarment. Das ist unser neues Wohnzimmer. Wenn wir jetzt mal gucken, wie das alte Wohnzimmer aussah. Oh, Feier. Das ist eine krasse Veränderung. Cooler Übergang. Hier könnt ihr ja easy zwei Nationalmannschaften sitzen. Aber gut, okay, wenn man halt so diesen spanischen Lifestyle so ein bisschen zelebrieren möchte auch mit vielen Gästen und so und dann hier irgendwie Tapas essen auf den Tisch, dann hast du hier so zehn Leute sitzen oder so, dann ist es glaube ich auch ganz geil und auch sinnvoll, wenn man so eine große Couch hat. Couch muss ich glaube ich nicht viel erzählen, da habe ich schon mal ein ganzes Video darüber gemacht, was für ein Aufwand das auch war, die hier aufzubauen. Aber wir sind mega happy, Leute. Wir sind richtig zufrieden. Egal, ob es zum Chillen mit vielen Leuten, dann sitzt irgendwie in jeder Ecke jemand oder nur Shani und ich. Dann ziehen wir uns zum Essen abends das hier hoch und essen eben. Ach Wahnsinn. Oh mein Gott. Ey, so ein Tisch, ne? Das hatten meine Onkel und Tante hatten das zu Hause. Ich fand es immer voll Opfer irgendwie. So, wo ich mir so dachte, Digga, macht euch doch was zu essen. Esst das am Tisch normal in der Küche und unterhaltet euch dabei. Und wenn ihr Fernsehen gucken wollt, dann lehnt ihr euch halt an und guckt Fernsehen. Aber das ist jetzt auch noch zu verbinden. So, dann macht ihr doch noch hier ein Waschbecken daneben, dann kannst du auch noch direkt Tränen putzen. Das fand ich mal so ein bisschen Opfer. Aber jetzt, wenn ich das so sehe, es ist schon entspannt. Also ich glaube, ich würde es aber eher nutzen, nur wenn ich alleine wäre. Weil sonst würde ich mir halt vorkommen, was kochen mit dem Partner und dann nebeneinander sitzen und was gucken. Dann ist die Beziehung, also nicht, dann ist die Beziehung vorbei. Aber das ist dann so, man kann doch dann auch so die Zeit zusammen verbringen, würde ich mir so denken. Also ich verstehe auf jeden Fall, was er wasar meint. Aber mit dem noch Kamerung, Waschbeck, Downloaden machen, dann musst du gar nicht mehr aufstehen. Ich glaube, es ist so das Ding, wenn man zum Beispiel beide Partner gehen arbeiten, sind den ganzen Tag weg. Und dann ist häufig so das Abendessen so das, wo man endlich dann zusammenkommt und die Zeit zusammen genießt. Und dann vielleicht auch gemeinsam in der Küche kochen, das machen Shani und ich zum Beispiel auch. Und dann auch das Essen zusammen zelebrieren. So check ich voll, machen wir auch häufig. Es ist nicht so, dass wir nur da essen. Und gerade wenn Gäste da sind, essen wir auch nur am Esstisch mit allen zusammen. Aber wenn wir nur zu zwei sind, so einen entspannten Abend, es ist das Geilste. Es ist eigentlich genau, wie er gesagt hat, wenn er alleine wäre, könnte er es sich vorstellen. Und ich finde es ja auch das Geile in einer Partnerschaft, wenn man da Sachen machen kann, die man eigentlich gerne auch alleine machen würde manchmal. Einfach nur chillen und man sich über nichts Gedanken machen, dass man die auch in einer Partnerschaft zusammen machen kann. Wenn man nur jeden Abend da sitzen würde und sich gar nichts zu sagen hat, klar, das wäre scheiße. Aber wir machen so viel zusammen und manchmal ist es einfach nice. Es ist entspannt, abschalten, da am Tisch sitzen, zusammen was gucken, über das man sich ja danach auch unterhält. Aber auch einfach abschalten, zusammen essen, genießen. Ist schon, ich liebe diesen Tisch, Leute. Der ist so nice. Und hier den Tisch, den habe ich auch schon mal im Video gezeigt. Damit sind wir auch immer noch richtig zufrieden. Schön rund auch. Es bricht auch diese ganzen Ecken und Kanten, das Haus sonst hat so ein bisschen auf. Dann kommen wir zur Küche. Sehr, sehr gut. Ich habe auch so einen, also nicht komplett runden, aber so einen ovalmäßigen Tisch bei mir oben in der Küche. Und auch alle meine Freunde meinten erst so, runder Tisch? Wie, hä? Nee, das ist ein China-Restaurant, wo du halt immer diese runden Tische hast zum Drehen mit diesen Drehplatten drauf. Aber ich meinte auch noch so, ey, lasst es mal auf euch wirken. Nach dem Motto, wenn ihr da seid. Und seitdem meinten auch alle, boah, beste Entscheidung. Du kannst in jede Richtung gucken, schauen. Ja, das ist echt das Ding. Also wenn wir auch Gäste da haben und mehreren Leuten halt rundum sitzen. Es ist so cool, dass man sich halt, jeder kann mit jedem gleichermaßen sich unterhalten. An einem rechteckigen Tisch ist halt immer irgendwie, einer muss so über den anderen hinweg gucken, um miteinander zu reden. Dann ist irgendwie einer in der Mitte, muss sich zurücklehnen, damit die sich sehen. Oder nach vorne, wenn sie sich dahinter vielleicht sogar unterhalten, wenn irgendwie noch mehr Leute da sind. Es ist irgendwie, nee, runder Tisch, alle miteinander zusammen. Megageil. Zur Küche, hier hat sich, glaube ich, auch wenig verändert, bis auf die ganzen Küchengeräte. Wobei, Kaffeemaschine war schon in der ersten Roomtour da. Das war das erste neue eigene, was ich in dieses Haus eingebracht habe. Stand noch nichts da, da stand schon die Kaffeemaschine letztes Mal da. Aber mittlerweile auch, ihr seht, wir haben eine ganze Armada hier an Küchengeräten da. Die sogar fast alle benutzt werden. Was auch benutzt wird, ist hier die Wäschekammer. Dahinter ist noch der Heizungsraum. Heizungskeller ist sozusagen eben erdig Heizungsraum. Aber ja, soviel dazu. Dann haben wir hier noch unseren... Ich hätte mir gewünscht, dass er die Küche noch ein bisschen mehr Zeit und die ganzen Geräte da erklärt. Weil das finde ich schon interessant, die meisten YouTuber sind ja eher so, ja, essen, bestellen, essen, gehen. Ja, bei uns ist das Ding, wir haben keine Lieferservice. Also es gibt vielleicht, ich glaube, ein Inder, den haben wir noch nicht ausprobiert. Und eine Pizza, die potenziell liefert, aber meistens holen wir sie einfach selbst unten. Die ist auch sehr, sehr geil. Aber wir haben halt, in Köln sind wir in der Mitte der Stadt so. Da ist es richtig schwer, nicht zu bestellen. Also man muss sich immer so überwinden, doch, komm, lass kochen. Weil man könnte sich alles bestellen. Und hier gibt es halt nichts, deswegen wird hier zu 90 Prozent wird es gekocht. Diese große Küche ist so nice. Auch wenn wir Gäste haben, kochen wir häufig mit den Gästen zusammen. Und dass man einfach viel Platz hat, jeder kann so ein bisschen was machen, jeder ist an verschiedenen Orten in der Küche, hat Platz für sich, man ist nicht eingeengt. Ist wirklich so nice. Zu Hause grillen, du hast ja so eine riesige Fischauswahl, auch auf der Insel und den ganzen kleinen Märkten und so. Da muss man kochen. Ich bin ja ein riesiger Koch-Fan geworden in den letzten Jahren und habe auch zahlreiche Geräte umhingen, wie Essen zu machen. Weil du dir halt dann einfach selber, vor allem auch in den letzten anderthalb Jahren, wo ich mit Fitness mehr durchgezogen habe, du kannst dir halt einfach selber deine Portionen machen, wie du willst. Und das ist schon geil, so finde ich. Also wir haben das jetzt vor zwei Monaten war ich zuletzt auf Mallorca. Und ich bin in einer Woche auch wieder da, weil meine Schwester Geburtstag hat. Da haben wir es so gemacht, dass man da wirklich, da gehst du so frisch, nicht irgendwie so wie in Deutschland. Du gehst in den Aldi und holst dir irgendwie deine ganzen Sachen und dein Gemüse und dann bastelst du das irgendwie. Sondern du gehst wirklich auf so einen Markt und holst das total frisch. Du holst fangfrisch. Wobei, ich muss sagen, wenn man Urlauber auf Mallorca isst, dann nimmt man auch eher mal auf den Markt. Wenn du hier lebst auf Mallorca, gehst du nicht immer auf den Markt. Also wir gehen auch gerne auf den Markt. Aber wie es gut ist, es gibt auch so hier sehr geile, frische Lebensmittel. Akromat zum Beispiel ist so ein Laden, wo du einfach super geile, frische Lebensmittel immer hier bekommst. Und auch die Supermärkte haben, also die normalen Supermärkte haben gute Sachen. Selbst, es gibt Aldi und Deal hier auf Mallorca. Die haben so viel krasse Auswahl, was alleine auch so Fisch und Meeresfrüchte angeht. Du kannst so Muscheln aus dem Tiefregalregal da dir rausholen. Ich esse keine Muscheln, aber ich fand es so krass. Beim Aldi und Deal kannst du das machen mit so, einfach so rausholen. Es ist einfach, ich würde sagen, es ist einfach mehr wert, wird aufs Essen allgemein auf Mallorca oder in Spanien allgemein gelegt, als jetzt in Deutschland. Das macht den Unterschied. Aber jeden Tag auf den Markt gehen ist eher so eine Urlaubsvorstellung. Im Alltag ist das ein bisschen übertrieben. Ich glaube auf Mallorca, ich würde auch richtig viel kochen und ich glaube, das machen die beiden auch. Wo wir noch viel verändert haben. Das ist das Gästeklo hier, Leute. Schaut mal, was ich hier alles reingestellt habe. In dieses kleine Bart. Man kommt hier rein und du hast direkt so einen kleinen Butter in einem Wasserfall. What the fuck? Entspannungsmusik raus. Die kleinen Äffchen hier schauen natürlich nicht zu, hören auch nichts. Aber machen zusammen mit den Pflanzen hier auf jeden Fall, finde ich das sehr cool. Alter, also das ist ja, das ist falscher Ehrgeiz meiner Ansicht nach. Klar, wenn die Zeit und Bock darauf haben und wenn denen das gefällt, in Ordnung. So, das sage ich auch immer bei meinen Reactions. Das ist ja einfach nur meine persönliche Meinung. Ich hätte das natürlich alles irgendwie anders gemacht. Genauso wie Person X es wieder anders gemacht hätte. Aber wenn es Felix und Shani gefällt, dann ist es das Allerwichtigste. Weil die dort halt wohnen. Aber ich denke mir halt, man verbringt halt effektiv am Tag vielleicht maximal, würde ich sagen, fünf Minuten in diesem Raum. Und dann da jetzt dann muss... Ja, aber jedes Mal freue ich mich, wenn ich da reingehe. Und jedes Mal freue ich mich, wenn ich da reingehe und dann nachgucke, was habt ihr da mit dem Gästebart gemacht. Ist auch noch nicht fertig, ne? Ich will eigentlich noch so ein bisschen das Dunkler da machen. Noch die Wände vielleicht streichen im dunklen Ton, dass es noch ein bisschen gemütlicher ist. Und Licht um den Spiegel rum, ne? So ein bisschen, dass es glowt. Damit sind wir bereit, Leute, nach draußen zu gehen. Kommt raus, Leute. Das ist natürlich eigentlich das Highlight, wenn man hier ist. Der ist ja draußen. Oder Shani natürlich. Shani ist natürlich das Highlight, natürlich. Ey, das muss ja so krass sein. Jetzt auch gerade mit dem Wetter. Das hier ist immer noch wie beim Einzug, wie vor einem Jahr. Aber vor ein paar Wochen haben wir uns endlich entschieden für eine neue Outdoor-Couch. Leute, die kommt bald. Die wird noch diesen Monat ankommen. Dann haben wir es hier auf jeden Fall auch nochmal schöner. Ja, dann macht doch die Roomtour, wenn die Couch da ist. Das verstehe ich immer nicht bei YouTubern generell. Voll viele machen auch eine Roomtour. Ja, hier ist noch nicht fertig und da kommt noch dies und da kommt noch das. Dann macht doch, wenn es fertig ist. Das interessiert mich jetzt voll, was die sich da für eine Couch geholt haben. Ja, guck, perfekt. Dann können Sie sich die nächste Roomtour nächstes Jahr nochmal anschauen. Es kommt noch einiges, da lohnt es sich ja nochmal, dann eine neue Roomtour zu machen. Aber ich dachte jetzt, wir sind ein Jahr eingezogen. Jetzt der Stand nach einem Jahr. Wie sieht es aus? Das fand ich schon cool. Blend doch wenigstens ein Bild ein, Felix. Oh Mann. Ich liebe Architektur und alles, was das Ganze drumherum auch angeht. Aber das merkt man auch voll. Das interessiert sich auch an diesen Architektur-Themen, auch so Innenarchitektur. Was neu ist. Ich weiß nicht, ob man es sieht, Leute. Es ist ja nicht so viel anders, aber der Pool ist komplett neu. Über den Winter wurde dieser Pool einmal rund erneuert. Da wurde kein Stein auf denselben gelassen. Weil das wusste ich schon mal im Kauf. Der war ein bisschen undicht. Und das hast du auch von außen gesehen. Da war überall so Stellen, wo das Wasser rausgeschossen ist und so. Das war echt nicht geil. Da war klar, für einen Sommer reicht das noch, aber der muss neu gemacht werden. War ein koschspieliges Unterfangen. Aber jetzt ist er perfekt hier am Start. Mit Salzwasser-Staktur. Das heißt auch schön angenehm auf der Haut. Salzwasser? Boah, das ist krass. Ich denke mir halt immer, also ich finde immer so Pools, gerade in Hotels, ich bin so immer eher der Meer-Typ, weil ich finde dieses Salzwasser geil, dieses natürliche, naturelle. Und ich mag auch dieses Gefühl von Salzwasser auf der Haut, so wie Felix gerade gesagt hat. Ich finde so normale Pools, vor allem so in Hotels. Privat hat man die jetzt natürlich nicht so, wie Felix jetzt hier auf Mallorca in seinem Haus. Aber so Hotels, Pools finde ich immer auch so ein bisschen so, ich fühle mich danach irgendwie mal ekliger als vorher. Und das ist krass, dass die da Salzwasser mit drin haben. Jetzt glaube ich aber in der Wartung und alles Mögliche ein bisschen komplizierter als mit normalem Wasser. Also ich meine, fängt das ja gerade an, ich bin Pool-Neuling, aber mir wurde gedacht, das ist eigentlich simpler, solange man die richtigen Materialien hat. Deswegen haben wir den ganzen Pool neu gemacht. Das muss alles sozusagen salzwasserbeständig sein, weil es sonst leichter korodiert oder wie das heißt und rostet und was weiß ich nicht alles. Aber wenn man die richtigen Materialien hat, ist es eigentlich simpler. Wo du nicht so viele Chemikalien da reinpumpen musst, sondern in erster Linie Salz und ein bisschen pH-Minus, das ist um den pH-Wert zu reduzieren. Komplett zu fahren kann, wodurch die Wärme im Pool gespeichert wird. Wir haben auch eine Wärmepumpe, um ihn zu heizen. Brauchen wir jetzt nicht, jetzt ist es warm genug, aber für Herbst und Frühling ist es halt richtig nice, wenn man dann immer noch im Pool rein kann. Wir haben eine richtige Treppe auch zum ersten Mal. Ich wollte die ganze Zeit schon sagen, ich sehe überall mal wieder so LEDs bei YouTube und ich bin da gar kein Fan von. Einzige, wo ich es feiern würde, wäre wirklich an einem Haus. Aber so indoor finde ich LEDs einfach nur nervig. Aber hier, wenn du den Pool dann mal rot machen kannst oder blau oder so, das ist schon ein ganz anderer Vibe. Diese Abdeckung, die verschwindet. Schaut mal jetzt hier, wenn das so komplett rot ist, das ist schon was ganz anderes. Ziemlich nice ist unsere neuen Lounge-Möbel. Mit so einer dicken Matratze wie ein Bett fast schon. Die sind wirklich richtig chillig und das ist deswegen auch mein Lieblingsort. Nach dem Rennsimulator ist das hier mein Lieblingsort im ganzen Haus. Schön am Pool. Und noch schöner wird es sogar demnächst noch. Denn hier Leute, diese ganze Ecke wird mit Naturstein verkleidet. So richtig mallorquinischer Stil. Also viele Häuser auf Mallorca haben das. Ungefähr wie das, das ist nur so eine Probe gewesen. Da hat lange gedauert, bis wir eine Genehmigung hatten von der Stadt hier. Das ist in Spanien alles. Ja, das ist, ja okay, sagt das wahrscheinlich auch. Genehmigen lassen selbst so Kleinigkeiten. Wir haben sie aber jetzt bekommen. Ja, das ist so irre. Wenn du irgendwie, also ich weiß auch nur, wie es auf Mallorca ist, wenn man da eine Immobilie baut. Aber wenn du auch, also ich kann jetzt auch nicht sagen, wie es in Barcelona oder Madrid ist. Aber Mallorca, du musst sogar Sachen, wenn du in deinem Haus etwas verändern willst, musst du das sogar gefühlt abklären. Ja, das ist echt krass. Du brauchst für alle möglichen Sachen, brauchst du die Genehmigung auf Mallorca. Also wenn du wirklich irgendwie so einen, was wollte man da machen, so einen Wintergarten oder so. Aber halb umbauen, dass er so halb offen ist, so mäßig. Das ist so dumm, irgendwie das zu machen, weil du denkst dir eigentlich, ey, das... Der Typ stört immer bei meinen Videos, ne? Firat, ich nehme gerade ein Video auf. Willst du was sagen? Guten Morgen zusammen. Firat, es ist 18 Uhr. Das ist ja, ich bin gerade aber aufgewacht, deswegen... Die Bauarbeiten ja auch schon angefangen, deswegen hier liegt das ganze Holz. Das ist das, was hier neben dem Pool immer war. Das wird jetzt auch neu gemacht, weil das Holz war komplett durch, Leute. Da kommen stattdessen Fliesen hin in Holzoptik. So sehen die aus. Das ist kein Holz, aber sieht aus wie Holz. Und die kommen dann eben jetzt hier hin. So. Und zwei von den liegen sollen dann auch hier. Ihr seht, so ein bisschen Baustelle ist eben gerade noch. Hier liegen auch die ganzen Fliesen hier unten. Neben, hab ich noch gar nicht gezeigt, unserem eigenen Esstisch. Hier draußen sah es ja auch nicht ganz so nice aus mit dem alten Tisch, aber der neue hier, der passt natürlich besser zu uns. Vor allem mit dem Teppich, Leute. Teppich macht so viel aus. Wenn ihr einen überdachten Balkon habt oder überdachte Terrasse, macht euch einen Outdoor-Teppich hin. Es ist so viel bequemer. Aber damit haben wir... Wofür braucht man denn einen Outdoor-Teppich? Ach, Bootstuh... Oh, nein, Dicker. Ich frage mich gerade. Was... Also erstmal zwei Sachen. Wozu braucht man einen Outdoor-Teppich? Hä, weil es bequem ist. Du bist ja barfuß auf der Terrasse. Und dann so schön fluschi, so flauschigen Teppich ist das Beste. So, aber jetzt frage ich mich, was er macht. Seine Maus. Seht ihr das hier? Das ist seine Maus. Und die ist gerade auf meinem Bruder. Das ist mein Bruder Simon. Mit dem war ich auf der Bootstour in Hamburg bei Monte. Und er sagt gerade, nee, Dicker, warte, nein. Und macht den hier. Was für eine Story hat Luca mit meinem Bruder? Frag ich mich, haben die sich mal getroffen? Oh, nein. Fuck. Mir fällt gerade auf, hätte ich Monte noch schreiben sollen. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, irgendwas kommt zu meinem Bruder mit dem... Nee, ähm. Ja, also jetzt muss ja eigentlich... Felix muss jetzt nochmal eine Roomtour kommen, oder? Wenn dann draußen alles fertig ist. Wenn dann diese Couch da draußen da ist. Wenn das alles draußen verkleidet ist. Wenn die Holzoptikfliesen dann da sind. Mir hat es gefallen. Mir hat es richtig Spaß gemacht, hier das Video anzugucken. Danke Luca für die Reaction. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß hier beim Zuschauen von der Reaction auf die Reaction. Wenn ihr auch wollt, dass ich noch eine neue Roomtour mache, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Gaming-Video wahrscheinlich wieder auf diesem Kanal. Oder vielleicht noch irgendeine Reaction. Mal gucken. Vielleicht mache ich das ja doch nochmal ab und zu. Bis dahinter auf jeden Fall, Leute. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.